Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben ja zwei Wochen ausgesetzt, aber jetzt geht es weiter mit unserem wöchentlichen interaktiven Talk. Die Linke in Corona-Zeiten. Und diesmal habe ich mir wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen. Das ist Dirk Hirsche. Er ist bei Verdi, dort Bereichsleiter. Er ist Ökonom. Und ich sage es mal so, er hat ein Buch geschrieben, das der Verlag direkt auch gleich angepriesen hat, mit den Worten inklusive Corona-Artikel. Als ob das so ein bisschen ein kleiner Bonus ist. Gleichwohl denke ich, die Frage, die Dirk Hirschel in diesem Buch aufwirft, nämlich das Gift der Ungleichheit, so heißt es, ist in Corona-Zeiten noch mal besonders akut geworden. Und deswegen reden wir auch jetzt hier drüber. Und deswegen ist es auch für uns als politische Linke natürlich so wichtig, darüber zu sprechen, was ist eigentlich Ungleichheit, wie entsteht sie und wie bekämpfen wir sie. Darüber möchte ich heute also mit Dirk Hirschel sprechen und will vielleicht gleich mal einsteigen. Dirk, was war denn der Anlass für dich, dieses Buch jetzt zu schreiben? Und was sind aus deiner Sicht die Gründe für die zunehmende Ungleichheit bei uns in der Bundesrepublik? Du musst mal anmachen, bitte, Ton anmachen. Ich verstehe mein Buch als ein Plädoyer für eine sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft. Wir alle stellen fest, dass es in unserer Gesellschaft breite Mehrheiten gibt für eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt breite Mehrheiten für den ökologischen Umbau der Gesellschaft. Aber wir haben es in den letzten zwei Jahrzehnten nicht geschafft, diese gesellschaftlichen Mehrheiten in politische Mehrheiten zu übersetzen. Und mein Buch ist ein Plädoyer für eine sozial-ökologische Bewegung aus Gewerkschaften, Umweltverbänden, Sozialverbänden, sozialen Bewegungen, aber natürlich auch progressiven Parteien, um diese notwendige sozial-ökologische Transformation voranzutreiben. Das war im Wesentlichen meine Motivation, dazu anzuregen, dazu einen Beitrag zu liefern. Und darüber hinaus hast du mich gefragt, was aus meiner Sicht die zentralen Ursachen sind für die steigende Ungleichheit. Und ich will mal bei der aus meiner Sicht wichtigsten Ursache anfangen. Das war über die letzten drei Jahrzehnte hinweg die Schwächung gewerkschaftlicher Verhandlungsmacht. Das ist nach meinem Dafürhalten die zentrale Ursache, warum Einkommensungleichheit in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren gestiegen ist. Wenn man sich allein vor Augen hält, dass die DGB-Gewerkschaften die Hälfte ihrer Mitglieder verloren haben seit der Deutschen Einheit, dann hat man eine maßgebliche Erklärung dafür, warum die Löhne nicht mehr in der Größenordnung der Produktivität gestiegen sind und warum im Gegenzug die Profite deutlich zugenommen haben. Und diese Schwächung gewerkschaftlicher Verhandlungsmacht, die hat natürlich maßgeblich politische Ursachen. Die Gewerkschaften haben auch Fehler gemacht in den letzten 20 Jahren. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Sie haben es nicht geschafft, dem ökonomischen Strukturwandel organisierend zu folgen. Aber sie sind natürlich auch durch die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zumindest in den 2000er-Jahren massiv politisch geschwächt worden. Und wenn man die Ungleichheit bekämpfen will, dann muss man da ansetzen. Dann geht es sozusagen um den Wiederaufbau gewerkschaftlicher Verhandlungsmacht, Verhandlungsmacht der Beschäftigten. Du hast die Verhandlungsmacht der Beschäftigten angesprochen und damit natürlich auch die Gesetzgebung, die Arbeitsgesetzgebung, die Tarifgesetzgebung. Kannst du denn dafür Beispiele benennen? Und wie hat das bei den Gewerkschaften dann dazu geführt, dass sie in den Tarifverhandlungen oder in anderen Zusammenhängen dort nicht mehr so durchsetzungsstark waren? Was waren da etwa Beispiele dafür? Also einen Punkt habe ich ja bereits genannt. Das ist der Rückgang der Gewerkschaftsmitglieder. Weiterer Indikator ist ganz klar die Erosion der Tarifvertragssysteme oder des Tarifvertragssystems. Wir verhandeln inzwischen nur noch für 50 Prozent der Beschäftigten in Deutschland. Vor der Deutschen Einheit waren das in Westdeutschland, lag die Tarifbindung noch bei 80 Prozent. Dann kann man ungefähr sich vorstellen, was das bedeutet, von 80 Prozent runterzugehen auf 50 Prozent. Also das, was wir aushandeln, kommt nur noch bei 50 Prozent der Beschäftigten an. Die andere Hälfte der Beschäftigten ist nicht mehr durch Tarifverträge geschützt. Wir haben darüber hinaus, auch das ist bekannt, eine dramatische Zunahme an prekärer Beschäftigung, an unsicherer Arbeit. Das schwächt gewerkschaftliche Verhandlungsmacht. Leiharbeit, Werksverträge, unfreiwillige Teilzeit, all das schwächt die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften. Es ist sehr schwierig, prekär Beschäftigte zu organisieren, weil die natürlich auch einem massiven Druck ausgesetzt sind in den Betrieben. Und wenn sie ein befristetes Arbeitsverhältnis haben, gegebenenfalls das Arbeitsverhältnis nicht verlängert wird. Also der Druck auf die Beschäftigten ist massiv. Und es ist für uns ungemein schwierig, diese prekär Beschäftigten organisiert zu bekommen. Und dann hat man zentrale Erklärungsbausteine dafür, warum gewerkschaftliche Verhandlungsmacht in den letzten zwei Jahrzehnten gesunken ist. Also die Zunahme prekärer Beschäftigung, der Rückgang der Tarifbindung, der Ausbau des Niedriglohnsektors nicht zu vergessen. Wir haben inzwischen einen der größten Niedriglohnsektoren in Deutschland. Und auch dort ist es extrem schwierig, gewerkschaftlich zu organisieren. Der Marsch in die Dienstleistungsgesellschaft war gekennzeichnet durch das Wachstum prekärer Beschäftigung und das Wachstum des Niedriglohnsektors. Und dieser Dienstleistungssektor, der inzwischen über 70 Prozent der Beschäftigten Verhältnisse ausmacht in Deutschland, dieser Dienstleistungssektor ist nun mal auch gekennzeichnet durch kleine Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen, in denen es bekanntlich viel schwieriger ist, gewerkschaftlich zu organisieren, als in den ehemaligen Industriekathedralen, der Automobilindustrie, der Chemieindustrie oder der Pharmaindustrie. Also deine These, Ungleichheit ist ein politisches Projekt gezielt in Gang gesetzt worden durch Schwächung der Verhandlungsmacht von Gewerkschaften in verschiedener Hinsicht. Nun stellt sich die Frage, was können wir tun? Was sind sozusagen Gegenstrategien? Du hast es in deinem Buch so beschrieben, die Dompteure des Kapitalismus, die Gegenkräfte. Die Gegenkräfte sind nicht so richtig, die haben gerade so ihr Handwerk verlernt, so hast du es beschrieben. Um mal im Bild zu bleiben, wenn so ein Dompteur nicht gut ist, dann wird er am Ende gefressen. Wie wollen wir verhindern, dass das auch mit den Gewerkschaften als Dompteure des Kapitalismus geschieht? Also bei den Gewerkschaften ist es natürlich zunächst mal so, dass sie vor ihre eigenen Haustür kehren müssen. Wir haben, ich habe es bereits angesprochen, wir haben es nicht geschafft, dem Strukturwandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft organisieren zu folgen. Wir haben große Repräsentationsdefizite bei Frauen. Wir haben zu wenig Frauen in der Organisation. Wir haben zu wenig prekär Beschäftigte. Wir haben zu wenig junge Leute in der Organisation. Zu wenig Hochqualifizierte. Das kann die Politik für die Gewerkschaften nicht lösen. Das müssen die Gewerkschaften selbst angehen. Da sind die Gewerkschaften inzwischen, aber haben sie aber auch aus eigenen Fehlern gelernt. Also es gibt in den Gewerkschaften inzwischen starke Bemühungen, die weißen Flecken zu organisieren. Es gibt die sogenannten Organizing-Strategien, die aus den USA übernommen wurden, wo die Organisierung von Beschäftigten im Mittelpunkt gewerkschaftlicher Politik steht. Also das Organizing spielt inzwischen eine starke Rolle, zumindest bei den beiden großen Gewerkschaften, IG Metall und Verdi ist das definitiv der Fall. Da ist es Teil inzwischen der Regelarbeit dieser Gewerkschaft. Das ist gut so. Darüber hinaus gab es zahlreiche Organisationsreformen, Fusionen etc., die auch dazu beigetragen haben, zumindest die massiven Mitgliederverluste der 90er und 2000er Jahre zu stoppen. Also wir haben in den 2000er Jahren, um auch mal was Positives zu sagen, wir haben in den 2000er Jahren 25% der Mitglieder verloren und inzwischen sinkt die Mitgliedschaft immer noch, aber es sind aktuell nur noch 5%. Ab 2010 nach der Finanzmarktkrise ist es uns gelungen, den Schrumpfungsprozess deutlich zu stoppen. Das reicht aber natürlich noch nicht aus. Und man muss auch ganz ehrlich sein, wir werden es auch aus eigener Kraft auch nicht hinbekommen, die Trendwende zu vollziehen. Das heißt, es braucht, ich nenne das mal so, politische Organisationshilfen. Wir brauchen politische Unterstützung und solche politischen Organisationshilfen, die gibt es im europäischen Ausland. Wir haben in Österreich eine Tarifbindung, die liegt bei nahezu 100% und das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass in Österreich die Arbeitgeber eine Zwangsmitgliedschaft haben. Die Arbeitgeber sind Zwangsmitglieder im Arbeitgeberverband und deswegen hat man eine Tarifbindung von 100%. Oder wenn man in die skandinavischen Länder guckt, da ist es so, wenn du als Beschäftigter dich gegen Arbeitslosigkeit versichern willst, musst du Mitglied einer Gewerkschaft sein. Das ist das sogenannte GEN-System. Und das führt natürlich dazu, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad durch diese politische Organisationshilfe massiv gehebelt wird. Die sind bei 80%. Und was sich bei uns jetzt anbietet, die Diskussion kennt ihr ja, wäre jetzt dafür zu sorgen, dass die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtert wird. Das heißt, in einer Branche, in der du eine geringe Tarifbindung hast, kannst du festlegen, dass repräsentative Tarifverträge für die Branche allgemeinverbindlich erklärt werden. So kannst du aus einer Tarifbindung von 30-40% eine Tarifbindung von 70-80% machen. Die Franzosen, in Frankreich ist das Gang und Geber, die haben einen Organisationsgrad von 80% und das bei deutlich schwächeren Gewerkschaften als in Deutschland, weil eben dieses Instrument der Allgemeinverbindlichkeit genutzt wird. Will heißen, wir brauchen beides. Wir brauchen die Gewerkschaften selbst, die sich erneuern, die mit Organizing und Organisationsreformen dafür sorgen, dass sie zukünftig mehr Mitglieder machen, die im Idealfall es hinkriegen, dem ökonomischen Strukturwandel organisieren zu folgen. Und wir brauchen die Unterstützung der Politik. Wir brauchen die Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit. Wir brauchen ein Zurückdrängen in prekärer Beschäftigung. Das ist auch eine politische Aufgabe. Wir brauchen ein Zurückdrängen des Niedriglohnsektors, also eine Erhöhung des Mindestlohns. Das ist ein wichtiger Beitrag dazu. Und das sind am Ende des Tages, das sind alles Maßnahmen, wo die Politik uns unterstützen kann, unsere Verhandlungsmacht zu stärken. Das muss Hand in Hand gehen. Deswegen plädiere ich ja auch dafür, dass eine solche sozial-ökologische Bewegung, das muss Hand in Hand gehen. Da müssen Gewerkschaften ihren Teil dazu beitragen, aber das müssen auch die progressiven Parteien ihren Teil dazu beitragen. Ja, Stichwort progressive Parteien, die ihren Teil dazu beitragen sollen. Das, was du jetzt vorgeschlagen hast, ist ja im Prinzip ein, soweit es nicht den Organisationshilfenteil betrifft, so hast du das genannt, ein ambitioniertes sozial- und gewerkschaftliches, arbeitsmarktpolitisches Reformprogramm. Was glaubst du, hat das für Chancen in 2021? Ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich verrate, dass du auch als Teil der SPD, des SPD-Vorstandsvorsitzenden Teams kandidiert hast. Wie war sozusagen innerhalb der SPD das Feedback dazu? Ich gehe davon aus, dass du die ähnlichen Vorstellungen dort auch vertreten hast. Also ich glaube, dass die Sozialdemokratie jetzt mit Norbert Walter-Bojans und Saskia Esken eine Parteispitze hat, die diese Forderung nach Stärkung gewerkschaftlicher Verhandlungsmacht mitträgt. Ich glaube, dass nicht nur, ich sehe das auch, ich bin davon überzeugt, dass sie das tun. Wir haben einen Arbeitsminister mit Hubertus Heil, der auch seinen Teil dazu beiträgt, dass gewerkschaftliche Verhandlungsmacht wieder gestärkt wird. Aber es gibt natürlich einen Koalitionspartner, der das verhindert. Also der beispielsweise eine Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen blockiert. Der verhindert, dass prekäre Beschäftigung, der Missbrauch von Leiharbeit und Werksverträgen stärker bekämpft wird. Der eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro verhindert und so weiter und so fort. Und da muss man sich halt auch irgendwann ehrlich machen. Und das haben inzwischen auch viele Genossinnen und Genossen in meiner Partei getan. Man wird mit diesem Koalitionspartner eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt nicht durchsetzen. Man wird mit diesem Koalitionspartner auch nicht in der Lage sein, den Klimawandel effektiv zu bekämpfen. Man wird mit diesem Koalitionspartner nicht in der Lage sein, den Sozialstaaten die Daseinsvorsorge auszubauen. Das heißt, es läuft perspektivisch auf ein Rot-Rot-Grünes Bündnis hinaus. Nur in dieser Konstellation, Sozialdemokratie, Linkspartei plus Grüne, kann es gelingen, eine solche fortschrittliche Reformpolitik zum Laufen zu kriegen. Und das ist, glaube ich, die erste Erkenntnis. Und dazu braucht es natürlich auch eine soziale Bewegung. Wir hatten ja, das weißt du ja auch, wir hatten zweimal die Situation im Deutschen Bundestag, dass wir eine Rot-Rot-Grüne Mehrheit hatten, numerisch, die aber politisch nicht genutzt wurde. Und das hat natürlich Gründe. Und es gibt auch in allen drei Parteien Widerstände gegen eine solche Konstellation. Das ist auch klar. Das wisst ihr genauso gut wie wir. Und bei den Grünen ist das auch bekannt. Und deswegen braucht es natürlich auch so etwas wie eine soziale Bewegung aus Umweltverbänden, Sozialverbänden, Attack, anderen, die Fridays for Future, etc., die das einfordern, die das massiv einfordern. Das ist, denke ich, die Konstellation, die notwendig ist, um so etwas zum Laufen zu bringen. Aber klar ist, die Sozialdemokratie wird in einer großen Koalition eine solche sozial-ökologische Reformpolitik nicht durchsetzen können. Das ist, denke ich, auch den Genossen, der Mehrheit der Genossen in meiner Partei gewusst. Ja, das hört sich spannend an. Also so, ich würde mal wieder versuchen, ein Bild zu verwenden. Also die GroKo ist derzeit angekettet und die Kette ist die CDU. So ist deine Wahrnehmung dessen. CDU, CSU, ja. Ja, CDU, CSU. Und um diese Kette zu lösen, brauchen wir, so deine These, ein anderes politisches Bündnis, das dann im Prinzip die politischen Organisationshilfen, die du beschrieben hast, dann auch anstößt. Das kann ich zumindest für meine Partei zusagen, dass wir daran arbeiten, dass wir diese Vorstellung, die du jetzt gerade entwickelt hast, auch umsetzen wollen, gemeinsam umsetzen wollen, eben auch um die Gewerkschaftsbewegung wieder zu einer viel höheren Verhandlungsmacht zu bringen. Einen anderen Punkt, den ich allerdings auch nochmal ansprechen möchte, ist die Verbindung, du hast es angesprochen, zu sozialen Bewegungen, auch zu Bewegungen, die neue politische Themen in den Mittelpunkt stellen, etwa die Umweltbewegung. Die stellt ja auch die Gewerkschaften wegen bestimmter Veränderungen in der Arbeitswelt dann vor neue Herausforderungen. Was glaubst du, ist hier zu tun? Was könnte auch hier eventuell eine Reformpolitik, eine radikale Reformpolitik sein? Also die Gewerkschaften müssen sich bewegen. Wir haben uns auch bewegt im Hinblick auf die ökologische Frage. Besitzstandswahrung ist keine Perspektive. Das ist vollkommen klar, dass in der Automobilindustrie Automobilkonzerne zu Mobilitätskonzernen werden müssen, dass Energiekonzerne, die fossilen Energiekonzerne zu Energiedienstleistern werden müssen. Das ist uns als Gewerkschaften inzwischen sehr bewusst geworden. Und wie du sicherlich bemerkt hast, gibt es inzwischen auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Umweltverbänden. Die IG Metall tauscht sich sehr eng aus mit dem BUND, hat mit dem BUND auch kürzlich eine Großdemonstration in Berlin durchgeführt. Wir werden jetzt inzwischen in unserer Tarifrunde beim öffentlichen Dienst, die jetzt aktuell startet, unterstützt von Fridays for Future. Also das heißt, es gibt ein Bündnis Verdi, Fridays for Future für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, weil das ein zentraler Teil einer ökologischen Energiewende ist. Und das sind idealtypische Kooperationen. So muss das weitergehen. Das ist alles nicht widerspruchsfrei. Also das würde jetzt auch keinen Sinn machen, zu sagen, wir sind uns in allen Themen einig. und das gibt da keine Konfliktfelder und wir müssen uns einfach nur umarmen und alles wird besser. Ja, weil es ist natürlich schwierig in der Automobilindustrie diesen Strukturwandel hinzubekommen. Ja, weil aktuell ist die Forderung der IG Metall auf Elektromobilität und auf Wasserstoff zu setzen. Aber es ist natürlich sehr schwierig. Es ist natürlich sehr schwierig, dann darüber zu reden, dass perspektivisch und das ist aus meiner Sicht auch fester Teil einer ökologischen Verkehrswende ist natürlich sehr schwierig, dann zu vermitteln, dass auch die Zahl der motorisierten Verkehrsmittel sinken muss, schrumpfen muss. Also die Perspektive, eine ökologische Perspektive einer Verkehrswende muss es natürlich sein, dass der öffentliche Nahverkehr materiell ausgebaut wird und dass der motorisierte Individualverkehr schrumpft. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Produktion in der Automobilindustrie. Das sind sozusagen die Hürden, die noch zu nehmen sind und da stehen uns noch schwere Diskussionen bevor, aber die Situation hat sich dahingehend deutlich verbessert, dass es jetzt einen Austausch gibt, dass die Umweltverbände und dass auch Fridays for Future sensibilisiert sind, was die sozialen Folgen des ökologischen Umbaus anbelangt und die Gewerkschaften sensibilisiert sind, was die ökologischen Folgen der Industrieproduktion anbelangt. Also da sind wir deutlich weiter als noch vor fünf bis zehn Jahren. Und das macht mir Hoffnung. Ja, und das sind Beispiele für eine solche Zusammenarbeit. Ähnliches berichtete im Übrigen auch der Geschäftsführer des BUND, den wir letztens bei uns in der Partei, die Linke im Parteivorstand hatten, der sagte, dass auch der BUND als Teil der Umweltbewegung sich verstärkt Gedanken darüber macht, wie sie das sozusagen koppeln können mit sozialpolitischen Dingen, auch um überhaupt die Akzeptanz dafür herzustellen aus ihrer Sicht, denn nur dann wird das funktionieren. In dem Sinn glaube ich, dass es tatsächlich auch nur gekoppelt funktionieren kann, soziale und Umweltbewegungen im Prinzip gemeinsam in Schnittmengen suchend zu neuen Modellen hinzubekommen. Bevor wir jetzt gleich noch zu den Meinungen der Zuschauerinnen und Zuschauer kommen, hätte ich jetzt nochmal eine Frage und zwar bezüglich Corona. Corona hat ja nochmal wie ein Katalysator gewirkt. Es ist eine Vermögensabgabe in der Debatte. Es sind andere Maßnahmen, Arbeitszeitverkürzungen eventuell in der Debatte. Was wären aus deiner Sicht wegen Corona, aufgrund von Corona und jetzt gerade wegen Corona ganz besonders die Maßnahmen, die jetzt zu tun wären, ganz akut auch? Gut, also was aktuell ansteht, sind zwei große Tarifrunden. Im öffentlichen Nahverkehr habe ich bereits angesprochen und die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Das steht jetzt aktuell an, im August und im September. Und da gibt es einen unmittelbaren Corona-Bezug, weil das waren die sogenannten systemrelevanten Berufe, für die aus dem, aus der zweiten, dritten Etage applaudiert wurde. Das waren die Busfahrer, das waren die Pflegerinnen, das waren die Mitarbeiter bei der Bundesagentur für Arbeit, das waren die Techniker und so weiter und so fort. Also die haben unsere Gesellschaft am Laufen gehalten. Und viele Kolleginnen und Kollegen in den systemrelevanten Berufen verdienen erheblich weniger, als Beschäftigte in anderen Wirtschaftsbereichen. Etwa 20 Prozent sagt das die, die verdienen die unter dem Schnitt. Im Pflegebereich ist das ja auch weitgehend bekannt, in vielen anderen Bereichen ist es nicht so bekannt. Und in diesen Tarifrunden werden wir das zum Thema machen. Unter dem Motto Applaus war gestern, jetzt geht es darum, diesen Applaus auch in materielle Wertschöpfung umzusetzen. Ich glaube, eine der zentralen Lehren, und da bin ich bei deiner Frage, eine zentrale Lehren aus der Corona-Krise muss sein, dass der Sozialstaat und die Daseinsvorsorge massiv ausgebaut werden. Am augenscheinlichsten ist das natürlich im Gesundheitswesen. Die Pflegekräfte müssen vernünftig bezahlt werden, sie müssen entlastet werden und der Gesundheitssektor als Ganze, der gesamte Pflegebereich muss ausgebaut werden. Das Gleiche gilt für den öffentlichen Nahverkehr. Und man könnte das jetzt für viele andere Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge durchbuchstabieren. Also ich glaube, das muss jetzt ein zentrales politisches Handlungsfeld werden. Und in den jüngsten Tarifautos auseinandersetzen, werden wir das zum Thema machen. Ich habe bereits gesagt, ich habe es angesprochen, beim ÖPNV gibt es da auch eine enge Zusammenarbeit mit den Fridays und mit anderen Umweltverbänden. Also da gibt das sozusagen dieses eingeforderte Bündnis bereits, Gewerkschaften, Umweltverbände. Und ich denke, wir werden da auch aus dem politischen Raum viele Unterstützung bekommen. Aber es wird natürlich eine harte Auseinandersetzung, weil ihr wisst genauso gut wie wir, dass die Kommunen jetzt am Krückstock gehen. Es gab jetzt einen Rettungsschirm für die Kommunen, aber der beseitigt natürlich nicht die Notlage. Das heißt, die Kassen in vielen Städten und Gemeinden, insbesondere auch im Ostdeutschland, werden leer sein. Und wir müssen jetzt verhindern, dass die Bürgermeister aus diesem ökonomischen Sachzwang versuchen, uns in die Knie zu zwingen, auch aus Mangel an Alternativen, sondern die Alternativen müssen aufgezeigt werden. Und es ist ja vollkommen klar, was das bedeutet. Wir haben in diesem Land weiterhin die Situation, dass ein gigantischer, privater Reichtum, wir reden von 13 Billionen Euro, die zwischen Gelsenkirchen und München ganz wenigen in unserer Gesellschaft gehören. Ein Prozent der Bevölkerung hält etwa ein Drittel dieses Vermögens. Und wir haben auf der anderen Seite eklatante öffentliche Armut. Und das kriegt man natürlich nur in den Griff, wenn hohe Einkommen und Vermögen zukünftig wieder stärker besteuert werden. Ich glaube, das muss die Stoßrichtung sein, dass sozusagen klar gemacht wird, ja, diese Corona-Krise hat dazu geführt, dass die viele öffentliche Kassen leer sind, aber das ist kein Naturgesetz. Wenn der politische Wille vorhanden ist, kann das geändert werden und das muss geändert werden. Es kann ja nicht sein, dass die sogenannten systemrelevanten Beschäftigten, dass die Pflegerinnen, dass die Busfahrer etc. jetzt auch noch die Zeche für den staatlichen Rettungseinsatz in der Corona-Krise bezahlen. Und da müssen wir natürlich für entsprechende gesellschaftliche Empörung sorgen, ja, für den entsprechenden gesellschaftlichen Rückenwind sorgen in den nun anstehenden Tarifrunden, um den Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst und den Kolleginnen und Kollegen beim öffentlichen Nahverkehr den entsprechenden Rückenwind zu geben, um in diesen schwierigen Tarifrunden erfolgreich zu sein. Das ist sozusagen ein konkretes Beispiel, wie man jetzt Lehren aus der Krise ziehen kann. Und jetzt würde ich mal Zuschauerinnen und Zuschauer reinspielen, also diejenigen, die uns zuhören, wir sind etwa über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt auch bei Facebook hier versammelt und Thomas wird mal ein paar Kommentare, Beiträge und vielleicht auch Fragen vorlesen. Thomas. Ja, genau. Vielen Dank, Jörg. Genau, also es gibt Kommentare auf Facebook. Ansonsten möchte ich euch auch bei Zoom-Seite auch nochmal auffordern, auch ihr könnt euch beteiligen, wenn ihr euch meldet und auch direkt mitdiskutieren und auch, ihr könnt auch eure Fragen stellen und an die Facebook-Zuschauer seien auch gesagt, wer diese Veranstaltung gelungen findet und findet mehr, sollten von ihr mitbekommen, teilt diese Veranstaltung doch einfach auf euren Facebook-Seiten. Also, wir haben verschiedene Fragen, ich werde jetzt mal, also erst mal zwei einbringen. Die erste ist von Dominik Siebert. Er sagt, was bringt es, die Löhne zu steigen an, wenn die Kosten der Lebenserhaltung, also für Essen, Trinken etc. auch steigen? Ist das nicht der Inbegriff der Inflation, die unsere Wirtschaft schon einmal zerstörte? Das ist sozusagen eine Meinung, die auf Facebook, erörtert wird, sehr grundsätzliche Art, aber trotzdem ist ja dieses Metapher der Lohn-Preisspirale, die da ja auch immer aufgegriffen wird, vielleicht sagt ihr da mal was dazu. Das ist ja durchaus ein Gedankenargument, das ja auch gerne von Arbeitgeberseite aufgegriffen wird. Und Konstantin schreibt, es sind ja nicht die Bedingungen schlechter geworden, das richtet sich jetzt sozusagen an die gewerkschaftliche Arbeit, es sind ja nicht die Bedingungen schlechter geworden, weil die Mitglieder des DGBs, der DGB-Gewerkschaften ausgetreten sind. Die Mitglieder sind genau deshalb ausgetreten, weil die Gewerkschaften sie nicht mehr vertreten. Gute Beispiele wie die IG Metall mal ausgenommen. Und jetzt geht es kritisch gegen Verdi weiter, deswegen ist das vielleicht auch ganz gut, dass du das so auch was sagen kannst. Verdi beweist auch beim Aushandeln des TVÖD, dass ihnen die Mitglieder nichts wert seien. Das ist, glaube ich, ein sehr hartes Urteil, kann ich als Verdi-Mitglied jetzt so nicht bestätigen. Aber wenn sie sich dann wundern, dass bei Streiks kaum eine Pflegekraft auf die Straße geht, genau, also für einen Tarif, der nicht einmal eine ausreichende Finanzierung für ein Stadtleben bietet. Das ist also schon eine sehr deutliche Kritik jetzt an der Verhandlungsmacht, unter der Verhandlungsstrategie von Verdi. Vielleicht auch ganz gut dazu auch noch mal was zu sagen. Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Das ist ja hinreichend untersucht worden in der Vergangenheit. Wir Gewerkschaften haben uns natürlich an dieser Untersuchung intensiv beteiligt, warum die Gewerkschaftsmitgliedschaft so dramatisch gesunken ist. Und einer der zentralen Ursachen war natürlich der ökonomische Strukturwandel. Also wir haben in den letzten 30 Jahren erlebt, dass die Industriekathedralen geschrumpft sind und dass der Dienstleistungssektor massiv gewachsen ist. Und ich habe es mehrmals angedeutet, es ist uns nicht gelungen, diesem Strukturwandel organisieren zu folgen. Das hat viele Gründe. Einer der Gründe ist, dass im Dienstleistungsbereich überwiegend klein- und mittelständische Unternehmen vorhanden sind, die wesentlich schwieriger zu organisieren sind, als die Großbetriebe mit 10.000 und mehr Beschäftigten. Und das ist eine der zentralen Ursachen. Wenn man sich darüber hinaus anguckt, was in Ostdeutschland passiert ist, wir haben zunächst mal einen massiven Mitgliederschub gehabt nach der Wiedervereinigung. Dann ist die gesamte ostdeutsche Ökonomie zusammengebrochen, insbesondere die Industriestrukturen. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass massiv Mitglieder verloren gegangen sind. Also es ist nicht so, dass die massiven Mitgliederverluste darauf zurückzuführen sind, dass die Kolleginnen und Kollegen unzufrieden waren mit der Politik der Gewerkschaften. Das mag bei dem einen oder anderen sicherlich eine Rolle gespielt haben, aber das war nicht die zentrale Ursache. Die zentrale Ursache war der ökonomische Strukturwandel, der uns fast das Genick gebrochen hat in den letzten Jahrzehnten. Jetzt kann man uns vorwerfen, dass wir nicht in der Lage waren, diesem Strukturwandel organisieren zu folgen. Den Vorwurf ziehe ich mir an. Da haben wir auch viele Fehler gemacht. Es sind nicht gelungen. Viele Zielgruppen, ich habe sie angesprochen, Frauen, Prekärbeschäftigte, Hochqualifizierte entsprechend attraktiv anzusprechen. Den Schuh müssen wir uns anziehen, aber es ist nicht so, dass die 6 Millionen Mitglieder, die wir jetzt in den letzten 20 Jahren verloren haben, wir deswegen verloren haben, weil die alle ausgetreten sind, weil die Gewerkschaft eine schlechte Tarifpolitik gemacht hat oder weil sie sonst unattraktiv war, sondern im Wesentlichen ist die Ursache der ökonomischen Strukturwandel. Was den TVÖD anbelangt, da gibt es eine ganze Reihe an Kritikpunkten, und da sind auch viele berechtigt. Es ist auch nicht so, dass Gewerkschaften nur hervorragende Tarifverträge aushandeln. Auch den Schuh würde ich mir anziehen oder würden wir uns anziehen, aber im Ergebnis kann man schon sagen, dass es insbesondere in den letzten 7, 8 Jahren gelungen ist, die Gehälter und Löhne im öffentlichen Dienst anzuheben und eine gewisse Entlastung herbeizuführen. Wenn man sich mal anguckt, wie erfolgreich wir beispielsweise waren, bei den Kitas, wo wir eine Aufwertungskampagne gefahren haben, wo es uns gelungen ist, die Gehälter der Kolleginnen und Kollegen, die in der Kinderbetreuung arbeiten, um teilweise 30% anzuheben, dann kann man auch ganz auch Erfolge, große gewerkschaftliche Erfolge in dem Bereich. Also das zu dem Thema, welche Schuld tragen die Gewerkschaften am Rückgang der Mitgliedschaft? Und dann war die zweite Frage, Lohnpolitik, Inflation? Also da kann man zurzeit große Entwarnung zunächst mal geben, weil aktuell haben wir ja die Situation, dass in vielen Bereichen die Produktion brachliegt, aufgrund der Krise. Und in so einer Situation ist es dann so, wenn es dir gelingt, Nachfrage zu generieren über höhere Löhne, wenn höhere Löhne dazu führen, dass mehr nachgefragt wird, dann geht das nicht in die Preise, sondern dann geht das erstmal in die Produktion. Das heißt, es werden mehr Güter und Dienstleistungen hergestellt und die Unternehmen werden die höheren Löhne nicht unmittelbar in höhere Preise umsetzen. Und dann ist das darüber hinaus, muss man auch an dieser Stelle mal in aller Deutlichkeit sagen, dann ist das natürlich kein Mechanismus, kein Automatismus, Entschuldigung, es ist kein Automatismus. Steigende Löhne müssen nicht notwendigerweise zu steigenden Preisen führen, sondern entscheidend ist am Ende des Tages die Preissetzungspolitik des Unternehmens, also die sozusagen, wenn man so will, die Bereitschaft des Unternehmens, eine geringere Profitspanne hinzunehmen oder eben nicht. Also verantwortlich für höhere Preise ist am Ende des Tages immer der Unternehmer und nicht die Gewerkschaft. Da muss man sehr wohl unterscheiden. Es gibt kein Automatismus, eine Lohnsteigerung eins zu eins in höhere Preise umzusetzen. Und wenn die Produktion brachliegt, wie das aktuell in vielen Bereichen der Fall ist, dann ist es ohnehin so, dass eine stärkere Nachfrage nicht in die Preise geht, sondern in die Erhöhung der Produktion geht. Also es gibt diesen Automatismus, der immer wieder unterstellt wird, insbesondere von neoklassischen Ökonomen, dass Lohnsteigerungen nichts bringen würden, weil sie eins zu eins in höhere Preise weitergeleitet werden und das dann am Ende des Tages dazu führt, dass der Realrund sich nicht nach oben bewegt, das ist falsch. Ja, also höhere Preise führt zu höheren, Entschuldigung, für höhere Löhne führt zu höheren Preisen ist auf keinen Fall so. Das ist natürlich auch eine tarifliche Auseinandersetzung und dann kommt es darauf an, was durchsetzbar ist. Es handelt sich nicht hier um einen mathematischen Zusammenhang. Ja, und am Ende des Tages sind das die Unternehmen, die dann darüber entscheiden, wie hoch ihre Gewinnspanne ist und wenn sie sozusagen versuchen, ihre Gewinnspanne hochzuhalten, dann versuchen sie natürlich auch entsprechend die Preise anzuziehen, aber das ist dann nicht in Verantwortung der Gewerkschaften, sondern es liegt in der Verantwortung der Vorstände und des Managements. Das muss man klar trennen. Das sind diejenigen, auf die dann mit dem Finger gezeigt werden muss und nicht die Gewerkschaften. Es gibt jetzt noch zwei weitere Fragen, die gestellt wurden. Zum einen, Beide sind von Daniel Reizig. Zum einen fragt er, was würde ein SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz für das von dir, Dirk, skizzierte Projekt dann eigentlich bedeuten? Die Frage richtet sich ein bisschen danach, ist denn Olaf Scholz als potenzieller, womöglicher, man weiß es nicht, Kanzlerkandidat überhaupt jemand, der das von dir beschriebene politische Reformprojekt mitträgt oder nicht? Also, man kann zunächst mal festhalten, dass wenn man die Politik von Olaf Scholz als Arbeitsminister verfolgt hat oder wenn man die Politik von ihm als Finanzminister verfolgt hat, da sehr viele Elemente eines solchen Reformprogramms sich wiederfinden. Olaf ist zweifelsohne jemand, der für eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt eintritt. Er ist auch einer derjenigen, der als einer der Ersten einen Mindestlohn von zwölf Euro eingefordert hat. Er hat in der Krise eine antizyklische Konjunkturpolitik gemacht, die, klar gibt das immer wieder im Detail irgendwo was zu kritisieren, aber die im Großen und Ganzen der Krise angemessen war und die verhindert hat, dass die Wirtschaft kollabiert. Also da sind durchaus auch Elemente kensianische Konjunktur und Finanzpolitik wiederzuerkennen und am Ende des Tages wird ein Olaf Scholz im Alleingang nicht bestimmen, welche Politik in einem rot-rot-grünen Bündnis gemacht wird. Das ist auch klar. Und er wird auch nicht allein bestimmen, in welche Richtung die Partei marschiert. Das ist sozusagen, das ist ein Gesamtkunstwerk. Und Olaf Scholz wird da versuchen, Akzente zu setzen, aber ich sehe das jetzt als nicht kontraproduktiv an. Ich sehe das als durchaus vereinbar mit einem rot-rot-grünen Gesamtprojekt, mit einer sozial-ökologischen Politik. Aber das ist natürlich immer davon abhängig, wie die Diskussion in der Partei verläuft, wie das Wahlprogramm aussieht, was sich in der Gesellschaft als Bewegung formiert. Davon ist das am Ende des Tages abhängig. Also ich würde jedem widersprechen, der argumentieren würde, wenn Olaf Scholz Kanzlerkandidat der Sozialdemokratie wird, dann ist ein rot-rot-grünes Projekt ausgeschlossen, dann ist eine rot-grüne Reformpolitik nicht durchsetzbar. Also dem würde ich entschieden widersprechen, weil das, wie gesagt, nicht allein von der Person Scholz abhängt, mal abgesehen davon, dass Olaf nach meinem Dafürhalten viele Positionen vertritt, die sehr wohl Teil einer sozial-ökologischen Reformpolitik sein werden. Und das ist sozusagen die eine Geschichte, aber am Ende des Tages ist das abhängig, in welche Richtung die Gesamtpartei marschiert, was die Sozialdemokratie anbelangt und was sich in der Gesellschaft tut. Also da muss jeder seinen Teil dabei beitragen, dass so ein rot-rot-grünes Bündnis zustande kommt. Und dann müssen wir gucken am Ende des Tages. Aber ich wehre mich dagegen, ich habe das Argument ja häufig gehört, ich wehre mich dagegen zu sagen, wenn Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD wird, dann ist ein rot-rot-grünes Bündnis und eine rot-grüne Reformpolitik ausgeschlossen. Das ist Mumpitz. Das wäre auch eine vollkommen undialektische Herangehensweise an Politik. Dann gibt es eine zweite Frage, die auch innerhalb unserer Partei, der Partei Die Linke, immer mal wieder aufploppt, immer mal wieder auch eine Rolle spielt. Auch die fragt Daniel Reitzig, wann öffnen sich die Gewerkschaften für eine Debatte über die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen? Warum sollten wir uns dahingehend öffnen? Wir reden über das Konzept des Grundeinkommens und wenn es um diese Entkoppelung geht, das ist ja das, was dahinter steckt. Was ich sympathisch finde im Hinblick auf die Befürworter des Grundeinkommens ist der Ansatz, den Erwerbsarbeitszwang zu lindern. Das war ein Altersprojekt auch der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie und der Linken insgesamt. Es ging immer darum, den Erwerbsarbeitszwang im Kapitalismus zu lindern. Dafür hat man die Arbeitslosenversicherung eingeführt und so weiter und so fort. Hartz IV war natürlich ein gigantischer Rückschritt, was dieses Reformprojekt der Linderung des Erwerbsarbeitszwangs anbelangt. Aber Tatsache ist doch nun mal, dass unsere gesamten sozialen Sicherungssysteme an Erwerbsarbeit hängen. Tatsache ist auch, dass im Gegensatz zu dem, was uns viele moderne Ökonomen immer wieder versuchen, meist zu machen, die Arbeit uns eben nicht ausgeht. Auch im Zeitraum der Digitalisierung geht uns die Arbeit nicht aus. Jahrjährlich wächst das Arbeitszulohn. Wir haben große Bedarfe im Bereich Bildung, im Bereich Pflege, im Bereich Kinderbetreuung. Es wird eher mehr Erwerbsarbeit entstehen als weniger Erwerbsarbeit in den nächsten Jahren, trotz Digitalisierung. Mir geht es darum, diese Formen der Erwerbsarbeit zu guter Erwerbsarbeit zu machen, zu sozial abgesicherter Erwerbsarbeit, zu mitbestimmter Erwerbsarbeit. Da haben wir Strukturen, wo wir aufbauen können. Warum sollten wir das aufs Spiel setzen? Lasst uns doch aus der Erwerbsarbeit, aus der prekären Erwerbsarbeit, die es gibt, aus der niedrigeren Erwerbsarbeit, die es gibt, lasst uns gute Erwerbsarbeit machen, lasst uns hochbezahlte Erwerbsarbeit machen, lasst uns sozial abgesicherte Erwerbsarbeit machen und das Gleiche gilt für die sozialen Sicherungssysteme. Da muss die Lösung darin bestehen, die Rentenversicherung entsprechend zu reformieren, sodass jeder von seiner Rente leben kann, die Zielsetzung muss sein, die Krankenversicherung entsprechend zu reformieren, sodass letzten Endes man für Gesundheit nicht mehr bezahlen muss und so weiter und so fort. Also für mich wäre das viel zu risikoreich, zu sagen, wir lassen uns auch so eine Entkopplung von Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung ein. Unser System hat eine andere Tradition. Wir haben die bismarckischen sozialen Sicherungssysteme, die haben natürlich auch, sind zu Recht auch kritisiert worden, aber die Zielsetzung muss sein, diese zu funktionsfähigen Sicherungssystem zu reformieren. Das Risiko, da einen radikalen Bruch vorzunehmen, wäre mir viel zu hoch. Deswegen werden die Gewerkschaften genau, ich kann zumindest für die Partei Die Linke ergänzen, dass es auch bei uns natürlich ein sehr umstrittenes Thema ist. Klar ist aber auch, dass wir als Partei uns ja nicht zuletzt über die Kritik an den Sozialreformen der damaligen Bundesregierung mit neu konstituiert haben und der Hintergrund dessen war natürlich, niemand darf am Ende eines Monats nicht genügend zur gesellschaftlichen Teilhabe zur Verfügung haben. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, die Herkunft des gesellschaftlichen Reichtums stammt aus der Arbeit. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich schon eine gewisse Verknüpfung herstellen. Die kann nicht so unmittelbar sein, dass man auf keinen Fall etwas bekommt, wenn man nicht arbeitet. Das ist klar. Auf der anderen Seite darf man nicht unberücksichtigt lassen, wo die Quelle letztendlich liegt. Und diese Verknüpfung in einem guten Ding zusammen zu bekommen, in einer guten gesellschaftlichen Norm, da hast du den Punkt gute Arbeit angesprochen, auch die Humanisierung eben von Arbeit, auch die Arbeitszeit Verkürzung, wo es sein muss. Das ist aus meiner Sicht jedenfalls, ich weiß, dass es auch bei uns in der Partei da durchaus sehr verschiedene Positionen gibt, aber aus meiner Sicht eine sinnvolle Variante. Und nicht zuletzt, wenn man es denn mal so formuliert, niemand darf gezwungen werden eigentlich, mehr als seinen Anteil an der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit zu berichten, ist, finde ich, auch eine gewisse Form von gesellschaftlicher Solidarität. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch in unserer Partei, haben wir uns ja auch vorgenommen, demnächst die eine oder andere politökonomische Debatte darüber führen. Zum Beispiel, wir haben jetzt als Parteivorstand auch beschlossen, darüber einen Mitgliederentscheid durchführen zu wollen, so der Parteitag dem folgt. Und da muss man, denke ich, auch innerhalb der Partei dann diskutieren. Ja, und am Ende des Tages, wie du ja schon richtig sagst, ist es natürlich auch immer eine Frage von Kräfteverhältnissen. Und Zielsetzung muss dann sein, Gewerkschaften und Verhandlungsmacht von Beschäftigten zu stärken. Nur so kann man dann am Ende des Tages auch gute Arbeit erreichen. Nur so kann man am Ende des Tages auch prekäre Beschäftigung zurückdrängen. und vernünftige soziale Sicherungssysteme sich wieder erkämpfen. Und wenn man das aus dem Blick verliert, dann verzettelt man sich am Ende des Tages und man wird gar nichts erreichen. Das ist sozusagen meine Befürchtung. Wenn man einem Ansatz folgt, der sagt, lasst uns das mal entkoppeln, Erwerbsarbeit und soziale Sicherung. Ich sehe überhaupt nicht die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, die sowas dann in eine vernünftige Richtung lenken können. Und vor dem Hintergrund plädiere ich, an dem festzuhalten, was wir haben und dort eben dafür zu sorgen, dass die fortschrittlichen Kräfte in der Erwerbswelt, in der Arbeitswelt gestärkt werden und dass man auf die Art und Weise dann das zurückdrängt, was wir alle kritisieren. Jetzt gibt es noch einen Teilnehmer, der auch noch rein möchte. Thomas. Machen wir bitte an. Danke, Jörg. Der Klassiker. Ja, es gibt einen Teilnehmer, der tatsächlich rein möchte. Axeo. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er hat einen eigenen Beitrag und möchte eine Frage stellen. Ich werde ihn jetzt hereinlassen und es gibt darüber hinaus auch noch eine Frage auf Facebook. Warum kann denn die Vermögensteuer nicht wieder in Kraft gesetzt werden, fragt Alf. Jeglicher Versuch in diese Richtung wurde seitens der Parteien, außer der Linken, das stimmt, kategorisch abgelehnt. Andere Parteien sind vielleicht nicht immer ganz so kategorisch, aber tatsächlich ist es so, dass die Linke sehr entschieden für die Wiedereinführung der Vermögensteuer ist. Also das Thema Vermögensteuer ist dann sicher vielleicht auch noch ein Thema, das ihr dann vielleicht auch mal aufgreifen könnt. So jetzt hat Axeo das Wort. Ton ist an. Deine Frage bin ich Axeo? Ja, du bist drin. Du bist drin, du kannst deine Frage stellen. Ja, alles klar, Axel Gerhardt ist mein Name. Zur Dialektik, die Dirk angesprochen hat, zwischen einerseits einem sozial-ökologischen Reformprogramm und andererseits der Transformation in Regierungspolitik. Ich finde, dass nochmal eine stärkere Etappenbestimmung erforderlich ist, wie weit wir denn mit diesem sozial-ökologischen Reformprogramm eigentlich in den gesellschaftlichen Bewegungen sind. Und Dirk hat ja einige Punkte genannt, wo es auch Verbindungslinien zwischen Gewerkschaften und beispielsweise Fridays for Futures oder anderen Bewegungen gibt. Das finde ich auch richtig und notwendig, daran anzuknüpfen. Aber ich würde trotzdem die These wagen, dass wir selbst in den Gewerkschaften ja noch lange nicht einig an der Frage sind, sondern dass zum Beispiel die Frage ökologischer Frage auf der einen Seite und auf der anderen Seite Arbeitsplatz, kurzfristige Arbeitsplatzsicherheit ja keineswegs einheitlich gelöst ist. Und meine These wäre, dass sozusagen wir, was den Fortschritt angeht, sozusagen das von dir skizzierte sozial-ökologische Reformprogramm wirklich gesellschaftlich breit verankert zu haben, dass wir da noch nicht so sehr weit sind, sondern dass wir da erst am Anfang stehen. Und meine weitere These wäre aber, dass das eine Basis überhaupt sein muss, um das dann auch irgendwann in Regierungspolitik transformieren zu können. Und wenn man diese Basis nicht hat und gleichzeitig über schematische Bündnisse redet, dann ist man ganz schnell eben dabei, darüber zu diskutieren, wie ist denn jetzt Olaf Scholz und schafft das oder schafft das nicht. Und deswegen wäre mein Petitum eigentlich stärker nochmal auf die sozialen Bewegungen einschließlich der Gewerkschaften zu schauen und zu schauen, was sind die nächsten Schritte, um eben ein solches sozial-ökologisches Reformprogramm auch gesellschaftlich in die Breite zu bekommen. Und die Frage, welche Regierungsoptionen sich daraus ableiten, wäre für mich ein zweiter Schritt, an dem wir im Moment noch nicht sind. Und wenn wir eine solche Debatte zu früh führen, dann wird es glaube ich sehr technokratisch und unpolitisch. Danke, Axel. War jetzt keine direkte Frage, sondern eher ein Statement, würde ich sagen. Dirk, willst du noch mal dazu? Also ich würde Axel, wir kennen uns ja auch seit geraumer Zeit, ich würde ihm fast in allen Punkten zustimmen. Natürlich kann man, wenn man, also ich habe ja wie gesagt mein Buch als ein Plädoyer verstanden für eine sozial-ökologische Bewegung, für eine sozial-ökologische Reformpolitik, aber wir sind natürlich in vielen Bereichen erst am Anfang vollkommen klar. Und ob man das bis 2021 hinkriegt, da das entsprechend in politische Mehrheiten zu übertragen, weiß ich nicht. So kann ich nicht sagen. Ein paar Ansatzpunkte habe ich genannt. Es gibt, was die gewerkschaftliche Tarifpolitik anbelangt, inzwischen eine enge Zusammenarbeit, zumindest was Verdi anbelangt, aber auch was die IG Metall anbelangt, mit Umweltverbänden. Das ist nach meinem dafür halt ein guter Ansatzpunkt. Wir haben breite gesellschaftliche Bündnisse beim Thema Wohnpolitik. Das ist jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen untergegangen, aber das wird wieder stärker werden jetzt im Herbst, weil das Thema ist ja weiterhin aktuell. Die Mieten steigen weiterhin und es gibt weiterhin viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum in diesem Land. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn man das Thema Mindestlohn 12 Euro hochzieht, dass man da auch eine gesellschaftliche Mobilisierung hinkriegt. Wie auch bei anderen Arbeitsmarktthemen. Aber ob das dann am Ende des Tages in einem politischen Bündnis Rot-Rot-Grün sich umsetzen lässt, das wird sich zeigen. Also da wäre ich falsch verstanden worden, wenn das so rübergekommen wäre, als würde ich das schon für ausgemacht halten. Das ist sozusagen ein politischer Versuch, so was hinzukriegen. Und wenn das nicht klappt, dann heißt das natürlich nicht, dass alles gescheitert ist, sondern da muss man weiterhin daran arbeiten, dass man gesellschaftliche Bewegung hinkriegt. Und da gibt es noch viele gegenseitige Vorurteile zu überwinden, ja, zwischen Umwelt- und Sozialverbänden, Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und so weiter und so fort, ja. Sonst wäre das ja auch alles kein Thema. Sonst, wenn wir das in den letzten 20 Jahren hingekriegt hätten und wenn das alles widerspruchsfrei gewesen wäre, dann hätte man die parlamentarischen Mehrheiten auch nutzen können. Aber es ist halt nicht widerspruchsfrei. Und das ist mit vielen Problemen verknüpft. Aber was bleibt uns denn anderes übrig? Also wenn wir das Klima retten wollen, wenn wir eine sozial gerechtere Gesellschaft hinkriegen wollen, dann was bleibt uns denn anderes übrig, als uns unterzuhaken und gemeinsam nach vorne zu gehen und versuchen, die Probleme auszuräumen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass es für ein solches sozialökologisches Programm, dass wir in Deutschland dafür gesellschaftliche Mehrheiten mobilisieren können. Es liegt an den Akteuren. Es liegt an den Akteuren miteinander zu arbeiten, zuzuhören, sich auf ein gemeinsames Programm zu verständigen, um dann damit nach vorne zu kommen und diese gesellschaftlichen Mehrheiten dann auch in politische Mehrheiten übersetzen zu können. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Und möglicherweise, Axel, hast du vollkommen recht, dass die Zeitschiene viel zu kurz ist. Dass wir da vielleicht noch vier, fünf Jahre dafür brauchen. Aber lasst uns anfangen damit. Und lasst uns mehr miteinander arbeiten, als gegeneinander arbeiten. Und es gibt doch auch hoffnungsvolle Zeichen. Also guckt euch mal die rot-rot-grünen Landesregierungen an. In Thüringen, in Berlin und jetzt in Bremen. Das sind doch, wenn das auch kleine Länder sind, würde ich sagen, Erfolgsgeschichten. Es ist in all diesen Ländern gelungen, die Arbeits- und Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen zu verbessern. Im Kleinen zu verbessern. Keine großen Reformschritte, das geht mit Landespolitik auch nicht. Aber es ist gelungen, die Arbeits- und Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen im Kleinen zu verbessern. Und daran kann man anknüpfen. Das ist sozusagen mein Plädoyer. Und Gewerkschaften müssen halt auch erkennen, dass sie allein aus eigener Kraft die Trendwende nicht hinkriegen. Und dass sie deswegen ihr politisches Mandat offensiver nützen müssen, offensiver einsetzen müssen, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Die Gewerkschaften haben genuines Interesse an einem solchen Reformbündnis, weil es sie stärken wird. Und das ist mein Plädoyer. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass das zu einer Erfolgsgeschichte in 2021 wird. Das gibt es natürlich nicht. Also zumindest nehme ich aber doch wahr, dass es ein sehr hohes politisches Bedürfnis gibt, auch die sozial-ökologische Wende, jedenfalls auch die ökologische Wende, einzuleiten. Und wir wissen, dass alle die dafür notwendigen Investitionen, die dafür notwendigen Umbauprozesse ja durchaus auch mit sozialpolitischen Sachen verpflichtet werden müssen. Und dass sie im Übrigen auch ein Jobmotor sein können, wenn sie gut und klug angefangen werden. Insofern glaube ich, die Schwierigkeiten gibt es. Und gerade wenn man von IG Metall redet und das, was zum Beispiel bei der Frage der Abwrackprämie oder die, die jetzt aus meiner Sicht glücklicherweise nicht gekommen ist, was man dazu sagen muss, ist alles sehr hochwidersprüchlich. Ich glaube halt nur, wir werden es im politischen Prozess machen müssen, wenn es eine Chance haben soll. Ich glaube, wir werden es nicht verschieben können und sagen, wir sind leider noch nicht so weit und deswegen muss Merkel jetzt nochmal fünf Jahre nach oder wie auch immer. Also es gibt eigentlich keine politische Alternative dazu, jetzt einzusteigen. Ich nehme aber auch Axels Anmerkungen so wahr, dass es eher so ein bisschen auch ein treibender Teil ist, dass man also schneller werden muss, dass man das Schrittmaß erhöhen muss, um das durchzusetzen. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist das natürlich ein deutlicher Punkt. Wir müssen da noch ein bisschen zulegen, das glaube ich auch. Wir sind da tatsächlich noch sehr, sehr am Anfang. Und nochmal, ich will die Zielkonflikte überhaupt nicht kleinreden. Es gibt große Zielkonflikte zwischen Gewerkschaften und Umweltbewegungen. Will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber wir müssen erkennen, dass uns mehr eint, als uns trennt. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann muss man Kompromisse machen am Ende des Tages, um nach vorne zu kommen. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, der entscheidende Punkt ist, Umwelt- und Sozialverbände, Gewerkschaften, progressive Parteien, soziale Bewegung eint mehr, als es sie trennt. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen und gemeinsam versuchen, voranzukommen. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind mit dem Talk eine Stunde jetzt rum. Länger als die anderen. Es gab sehr viele Rückfragen, Nachfragen. Und ich habe auch sehr viel mitgenommen. Also mitgenommen ist folgender Punkt. Dirk Hirschel sagt, die gewerkschaftliche Gegenmacht muss gestärkt werden, muss wieder gestärkt werden, damit es anders wird, damit es besser wird. Wir brauchen einen stärkeren Sozialstaat. Wir brauchen wieder kommunale Städte und Gemeinden, deren Kassen gefüllt sind. Dafür wiederum brauchen wir eine Vermögensumverteilung. Dirk Hirschel hat 13 Billionen, mir fällt es immer mal gelegentlich ein bisschen schwer, diese Zahl überhaupt zu verstehen, 13 Billionen Euro angesprochen. Ein Prozent der Bevölkerung haben etwa ein Drittel des Vermögens. Würde man die besteuern? Ich habe gerade heute gelesen in der Presse, würde man die besteuern, auch nur mit einem Prozent, würde das allein einen dreistelligen Milliardenbetrag erzielen. Da sieht man auch, wo im Prinzip was zu holen ist und wo wir die notwendigen Investitionen in den sozial-ökologischen Umbau, auch in die Krisenkosten, wo wir das hernehmen können. Dirk plädiert für einen Ausbau von Gesundheit und Pflegebereich. ganz massiv für eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehr etwa. Und alles das zusammengefasst, ist das sozial-ökologische Reformprogramm sehr ambitioniert. Und Dirk sagt, oder Scholz ist dafür kein Hindernis. Wir werden sehen. Ich bin gespannt darauf, dass wir in den nächsten Monaten darüber häufiger diskutiert werden in verschiedenen Zusammensetzungen, in den verschiedenen Parteien, die hier vertreten waren. Dirk, einer anderen als ich. Aber wir sind uns in den wesentlichen Fragen, das erscheint mir zumindest, sehr, sehr einig. Wir brauchen eine andere Politik, ganz dringend. Wir müssen die Bremsen lösen, die derzeit bestehen. Und wir brauchen für diesen Hintergrund auch andere gesellschaftliche Mehrheiten, gebunden an eine starke gesellschaftliche Bewegung, die das auch durchsetzt. In diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, freue ich mich auf den nächsten Talk, am nächsten Donnerstag, wieder hier, selbe Zeit, selbe Ort, 18 Uhr, mit einem ganz anderen Thema. Es geht diesmal um Internationales. Ich habe mir für den nächsten Talk Sibel Schick eingeladen. Sibel ist jemand, der an den Jezi-Protesten beteiligt war und uns etwas dort erzählen möchte über die Situation der türkischen Linken, über die Situation der türkischen fortschrittlichen Menschen, die derzeit nicht viel zu lachen haben. Und wir wollen uns darüber unterhalten, was können wir tun als Deutsche Linke, was können wir tun als deutsche fortschrittliche Bevölkerung, hier auch Solidarität zu zeigen. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns dann in der nächsten Woche, Donnerstag, 18 Uhr, hier wieder sehen. Bis dann. Tschüss. Bleibt gesund. Da. Da. Da.